Hallo Leute herzlichen Willkommen wieder bei der nächsten Folge von Call of Duty Black Ops Och komm schon, ist ja nicht so... Au! Aua! Das tut weh! Nein! Kurs! Alter! Mal sehen! Oh! Scheiße! Das sollte gehen nix! Ich spiele heute mit... Ich hasse... Ich hasse... Ich hasse... Ich will sie lecken! Ja, ich spiele heute mit... I... 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 What the... I... 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 gesehen wir spielen gegen pros wahrscheinlich schon wo bist du so ich kann nie richtig soll ich noch hier einstellen legt mich am arsch ja der pisser hat meinen kill geklaut versuchen aber da und jetzt haben wir sagen kann ich bisher schon Aida! Ja, das ist weg! Nein! Fack! weg da ja deswegen habe ich ihn nicht gesehen hat sich versteckt zwischen audern und kisten weg da oh fuck Aua! Aua! Der Piss hier, voller Bischl! Na komm! Oh! Fuck! Das ist ein bisschen zu viel! Ich habe mich nicht gesehen. Wir verliehen! Wir verliehen! Alter! Komm her! Bist du weg! Auch! Komm! Komm ja! Mann! Komm her! Ich gehe an die Seite! Der leider ist am Anfang! Gut! Wenn ich zahle! Am besten! What? Aua! Super! Ich liebe es! Alter! Der hatte... Alter! Was war das denn für Scheiße! Habe ich nicht gekühlt oder was? Nö! Habe ich nicht gekühlt oder was? Ich... Ich... Ich schwende meine fucking Monizierung gesund! Anf! Alter! Ah! Ah! Hahaha! Geklaut! Mann! Ey! Wichter! Aber Wichter ist vorbei! Die Hempel! Ah! Leute! Mann! Mann! Krot... Get me! Woah! Ich schäm dich nicht! So Leute, ich will dir sagen, das war es, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!